Was kann ein Profimonitor für 40.000 Euro, das ein HDR-Fernseher mit OLED- oder QLED-Technik nicht kann? Und was kann Ihr Fernseher zu Hause eventuell sogar besser? Gerade im Bereich HDR herrscht viel Verwirrung. OLED, QLED, HDR10+, Dolby Vision. Ja, was ist denn jetzt eigentlich am besten? Ich bin Florian Friedrich von FF Pictures und ich erstelle Tag für Tag Inhalte, die Sie vielleicht schon auf Ultra-HD-Blu-Ray oder im Streaming gesehen haben. Unsere Software wird von Postproduktionshäusern weltweit zur Produktion von HDR-Filmen eingesetzt. Hier in der Grading Suite habe ich persönlich bereits etwa 20 Filme per HDR-Remastering von der Kinofassung in die HDR-Heimkinofassung umgewandelt. Zu den HDR10-Plus-Produktionen für verschiedene Studios gehören dabei unter anderem Showgirls, Stalingrad, The Outpost, Big Ugly oder Borna Champion. Die erste Hybrid-Produktion, die ich gemacht habe, war mit Shadow in the Cloud, eine Produktion, die eben Dolby Vision und HDR10-Plus beinhaltet hat. Die verschiedenen Display-Technologien sowie deren spezifischen Vor- und Nachteile kenne ich nicht nur aus meiner früheren Arbeit als Leiter eines Testlabors für Unterhaltungselektronik, sondern aktuell auch aus der Leitung des HDR-Subkomitees der ICDM, einer internationalen Organisation zur Standardisierung von Display-Messungen. Was ist eigentlich ein Mastering-Monitor und warum kostet so ein kleines Gerät mit nur 32 Zoll 40.000 Euro? Bei der Erstellung von HDR-Inhalten kommt es auf feinste Nuancen an. Jede noch so kleine Regleranpassung muss sich auf dem Display exakt widerspiegeln. Ein Mastering-Monitor muss Schattenbereiche differenziert, kontrastiert und ohne Farbverfälschungen wiedergeben, und zwar egal, ob der Rest vom Bild nun hell oder dunkel ist. Helle Bildbereiche dagegen müssen mit der vom Signal definierten Leuchtkraft erscheinen und dabei soll es egal sein, ob nur eine kleine Fläche wie eine Reflexion hell ist oder eben der ganze Bildschirm. Bei den Farben zählt neben der allgemeinen Präzision und Abstufungsgenauigkeit auch das Farbvolumen, nämlich die Fähigkeit, gesättigte Farben auch bei sehr hoher und sehr niedriger Strahlkraft noch präzise darzustellen. Ein guter Mastering-Monitor brennt nicht ein, Testbilder, Senderlogos und ähnliches hinterlassen keine Spuren im Bild. Im Falle dieses Sony HX310 handelt es sich um einen LCD-Monitor mit zwei LCD-Schichten hintereinander und konstant stark im Hintergrundlicht bis zu 1000 Candela pro Quadratmeter. Da eine LCD-Schicht für Local Dimming nur auf Pixel-Ebene zuständig ist, ergeben sich konstant hohe Kontrastwerte bis 1 Million zu 1. Da kann kein Fernseher mithalten. Ein guter Fernseher kommt dem Bild eines Mastering-Monitors im Idealfall sehr nahe. Das heißt, er hat ähnliche Bildeigenschaften. Fernseher müssen aber größer und billiger sein, deshalb ist das ein schwieriges Unterfangen. Hier sehen wir einen neuen Neo-Coolad-Fernseher, den Samsung QN95A mit 55 Zoll. Bei der Neo-Coolad-Technik handelt es sich um eine Weiterentwicklung von Samsungs Coolad-Panel. Das neue Quantum-Mini-LEDs als Lichtquelle verwendet. Die funktionieren seit neuestem ohne Gehäuse und Linse und sind dadurch deutlich kompakter. So können mehr LEDs auf kleinem Raum untergebracht werden und das Dimming funktioniert wesentlich präziser. Auf der anderen Seite den C1 von LG, einen OLED-Fernseher mit 48 Zoll Diagonale. Hier leuchten die Pixel selbst, typisch für OLED. In der Mitte noch zum Vergleich der Mastering-Monitor von gerade eben und ich habe mir bereits die Zeit für einen detaillierten Vergleich genommen. Klar ist, kein Fernseher schafft das, was unser Mastering-Monitor leistet. Allerdings im Wohnzimmer ist Bilddiagonale wichtig. HDR und 4K profitieren von jedem Zoll Bilddiagonale. Übrigens befinden sich auch in Postproduktionshäusern Fernseher, dort allerdings als Client-Monitor für reine Vorschauzwecke. Sie bilden das Signal nicht verbindlich ab. Dieser LG C1 OLED ist einer dieser Client-Monitore und verfügt über eine allgemein sehr gute Bildqualität mit tiefem Schwarz auch von der Seite. Die Farben sind im mittleren Helligkeitsbereich sehr genau und lassen sich auch kalibrieren. Schwächen zeigt das Gerät dagegen beim Farbvolumen, wo abhängig vom Bildinhalt große, satte Farbflächen nicht mit allzu hoher Helligkeit leuchten oder entsättigt wirken. Einbrenneffekte sind auch möglich und wenn das Bild HDR Schneeweiß sein soll, verliert es stattdessen an Helligkeit. Was man hier gut sehen kann ist der Leuchtkraftverlust. Diese hellen Bereiche sind schon deutlich dunkler als beim Referenzmonitor oder auch beim Cool-Ed-Fernseher. Der Neo-Cool-Ed-Fernseher von Samsung kennt diese Schwächen des geringeren Farbvolumens und das Leuchtkraftverlust bei helleren Bildern nicht so sehr und stellt in vielen Situationen ein Bild dar, das dem des Mastering-Monitors schon erstaunlich nahe kommt. Letztlich lässt sich sagen, dass man heute im Kino zu Hause schon eine unglaublich gute Bildqualität bekommt. Trotz der ganzen dynamischen Bildregler kann man im richtigen Bildmodus und mit vielleicht etwas Kalibrierung ein Bild erreichen, das dem des Mastering-Monitors schon unglaublich nahe kommt. Wenn man HDR-Filme im Wohnzimmer mit etwas Restlicht sieht, dann würde ich im Augenblick einen Neo-Cool-Ed-Fernseher empfehlen, einfach aufgrund der Strahlkraft. Ich selbst setze auch einen Neo-Cool-Ed-Fernseher ein und zwar in 8K. Dynamische Metadaten helfen dem Fernseher, Szene für Szene, Helligkeitsanpassungen vorzunehmen, um den Bildeindruck am Mastering-Monitor möglichst gut widerzuspiegeln. Je näher das Bild des Fernsehers an die Qualität des Mastering-Monitors heranreicht, desto weniger erforderlich sind diese dynamischen Metadaten deshalb auch. Es gibt zwei Formate für dynamische Metadaten, die miteinander konkurrieren. HDR10 Plus und Dolby Vision. Beide Formate sind in derselben Normengruppe SEM-T2094 spezifiziert und bieten in erster Linie statistische Metadaten für jede HDR-Szene. Mit simplen Informationen wie minimale, maximale und durchschnittliche Helligkeit einer Szene kann der Fernseher schon recht gute Entscheidungen dafür treffen, ob in einem Bild zum Beispiel die Wahrung einer hohen Gesamthelligkeit wichtiger ist oder die Abstufung der hellen Bildbereiche. Beispiel. In diesem Bild sollte ein Fernseher mit geringer Helligkeit die Grundhelligkeit wichtiger nehmen als die Durchzeichnung der Wolken. Im Grunde sind sich die Formate HDR10 Plus und Dolby Vision extrem ähnlich, denn sie nutzen denselben Farb- und Helligkeitsbereich. Man kann auch exakt dasselbe Signal für beide Formate verwenden und nur durch die jeweiligen dynamischen Metadaten ergänzen, so wie ich das auch in meinen HDR-Remasterings mache. Aus meiner Sicht wird dieser Weg leider viel zu selten eingeschlagen, was am Markt wieder für große Verwirrung sorgt. Obwohl beide Formate potenziell gewisse Vorteile haben, bei Dolby Vision sind es im Moment die Trim-Pass-Regler in den Metadaten und bei HDR10 Plus wesentlich detailliertere statistische Daten zu jeder Szene, hängt die Qualität, die Sie zu sehen bekommen, in erster Linie von der des Fernsehers und nicht vom dynamischen HDR-Format ab. Ein farbenfroher, leuchtstarker Fernseher mit gutem Kontrast nah an den Fähigkeiten des Mastering-Monitors hat diese dynamischen Metadaten im Grunde gar nicht nötig. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video ein paar HDR-Zusammenhänge näher bringen und würde mich freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren oder die Webseite ff.de besuchen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.